Wie wäre es mit Menschen, die schon gerettet waren, als Jesus kam? Denn hier ist die Sache. Sie waren Menschen, die im Alten Testament gerettet waren. Was ist also mit den Menschen, die schon gerettet sind? Und dann kommt Johannes der Täufer und Jesus. Müssten diese Leute wieder gerettet werden? Nein, natürlich nicht. Denn du musst nur einmal gerettet werden. Sie waren also schon gerettet. Die Jünger müssten nicht wieder gerettet werden, als sie Jesus trafen. Sie sind schon gerettet. Deswegen hat er sie sogar ausgewählt. Sie waren gerettet, bevor sie jemals von Jesus gehört hatten, weil sie unter dem alttestamentlichen System stehen. Okay? So funktioniert das. Weil einige Leute eine Hypothese aufgestellt haben. Nun was wäre, wenn jemand im Alten Testament gerettet würde, aber als Jesus dann kam, glauben sie nicht an ihn. Das ist eine unmögliche Situation. Deswegen sagte Jesus, Meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir nach. Das bedeutet, dass als Jesus kam, als Jesus nach Israel kam und zu Predigen begann, drei Arten von Menschen waren da. Es gibt Menschen, die schon gerettet sind. Okay? Und diese Menschen, als sie Jesus Predigen hörten, wüssten sie, dass dies die Stimme des Hirten ist. Dies ist der Sohn Gottes. Und sie glaubten an ihn. Ja, aber sie waren schon gerettet. Und weil sie gerettet waren, glaubten sie an ihn. Dann gibt es noch eine andere Art von Menschen. Menschen, die nicht gerettet waren. Aber als sie Jesus Predigen hörten oder als sie Johannes der Täufer predigen hörten, würden sie gerettet. Richtig? Johannes der Täufer, Jesus, die Apostel haben sie gerettet. Und dann gibt es noch eine dritte Gruppe von Menschen, die nicht gerettet waren. Sie hörten Johannes der Täufer und Jesus Predigen und glaubten immer noch nicht an ihn. Sie wurden immer noch nicht gerettet. Genau. Jetzt möchte ich dir jetzt deutlich erzählen, um dir zu helfen, dieses Konzept zu verstehen. Nehmen wir an, ich habe die Bibel genommen und einer geretteten Person eine Schriftstelle gezeigt, die sie noch nie gesehen haben. Weil die meisten Christen nicht die ganze Bibel gelesen haben. Wenn ich also einem geretteten Christen eine Bibelstelle zeigte, die er noch nie gelesen hat, und er darauf zeigt und sagt, das glaube ich nicht, das ist eine Lüge. Ich würde sagen, diese Person ist nicht einmal gerettet. Ich dachte, er war gerettet, aber diese Person ist nicht gerettet. Denn wenn ich einer geretteten Person eine Stelle aus der Bibel zeige, wird es jedes Mal daran glauben. Und wenn er nicht daran glaubt, ist es ein Beweis dafür, dass er nicht gerettet ist. Oder? Weil wer aus Gott ist, der hört die Worte Gottes. Darum hört ihr nicht, weil ihr nicht aus Gott seid. Okay. Wenn ich also einer geretteten Person das Wort Gottes zeige, wird er es glauben. Ich sage nicht, dass es die gleiche Interpretation von etwas haben wird, das kompliziert ist. Aber wenn ich Ihnen nur eine klare Schriftstelle zeige, ist es genau dort. Wie oft hat jemand die Bibel gezeigt und gesagt, das glaube ich nicht. Und was sagt ihr das? Nicht gerettet. Nun, es ist das Gleiche. Als Jesus kam und anfing zu predigen, und jemand, von dem du denkst, dass er gerettet war, sagte, ich glaube nicht, dass er der Messias ist. Ich glaube das nicht. Er ist ein falscher Lehrer. Aber was sagt ihr das? Er war überhaupt nicht gerettet. Also lasst mich jetzt fragen. War Saul von Tarsus gerettet? Während des Dienstes von Jesus und Stephanus? Nein. Warum? Denn als Jesus kam und predigte und als Stephanus kam und predigte und diese anderen Männer Gottes predigten, glaubten Saul von Tarsus an ihre Predigt? Nein. Er kämpfte gegen das Christentum. Er verfolgte Christen. Saul von Tarsus war auf dem Weg zur Hölle. Ja. Aber bis Ananias ihm das Evangelium predigte und er den Namen des Herrn anrief, bis zu diesem Punkt ist er religiös. Er profitierte in den jüdischen Religionen über viele seiner gleichen, seiner eigenen Rationen, weil man von der jüdischen Religion profitieren konnte, ohne gerettet zu sein. Saul von Tarsus war nicht gerettet, bis er in der Apostelgeschichte gerettet wurde, bis er den Namen des Herrn anrief. Er wurde der Apostel Paulus. Ja, das ist der Apostel Paulus. Aber vorher hat er Saul von Tarsus genannt. Sein Mentor Gemaliel war nicht gerettet. Jeder, der nicht an Jesus Christus glaubte, war nicht gerettet. Weil die Menschen, die gerettet waren, die Schafe waren. Und als sie hörten, wie Christus predigte, nahmen sie es an, weil sie sagten, hey, das ist das Wort Gottes. Wir kennen das. Als Johannes der Täufer predigte, er kann sie es als Gottes Wort. Als die Apostel predigten, kann sie es als Gottes Wort. Diejenigen, die es ablehnten, sagten, es sei falsch und kätzerisch, sie beweisen nur, dass sie überhaupt nicht gerettet waren. Nein. Übrigens, die Menschen, die von Johannes dem Täufer getauft wurden, mussten nach dem Tod, Begrabung und Auferstehung Christi nicht noch einmal getauft werden.